Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends. Ich spiele Nautilus im Jungle. Der Hany ist mit dabei, mit Fiora auf der Toplane. Mal wieder. Mal wieder. Oder beziehungsweise immer noch, weil wir spielen immer noch am gleichen Tag. Ähm, letztes Game war eigentlich ziemlich geil. Quarki ADC habe ich da gespielt. Es ist definitiv sehenswert. Also wenn ihr... Oder, oder, ähm, mein Wukong Let's Play, da habe ich einen Pentakill. Oder, mein Catelyn Let's Play, da habe ich auch einen Pentakill. Ähm, ja, der Rest. Ja? Wie schaut denn das jetzt aus mit höheren Aufnahmequalitäten? Wir haben 25 Abonnenten. Richtig, wir haben 25 Abonnenten erreicht. Und zwar heute. Ähm, ich habe mir überlegt, ob ich, ob ihr 180p haben wollt oder ob ihr das gar nicht haben wollt. Äh, ihr dürft es einfach mal in die Comments schreiben. Wenn ihr 180p haben wollt, dann schreibt, ja, ich will 180p, wenn ihr es nicht haben wollt, dann schreibt. Wollt nicht. Dann schreibt, dass ihr gar nichts oder... Oder schreibt, dass es so passt. Genau. Ähm, ab 50 Abonnenten, nur nochmal zur Erinnerung, gibt es Livestreams. Und zwar, Honey, hilfst du mir nicht bei Blue? Was? Doch, klar. Ähm. Ähm, ähm, ähm. Also ab 50 Abonnenten gibt es Livestreams. Und eben, wenn ihr jetzt nicht 180p haben wollt, sondern euch die 720p reichen, dann dürft ihr euch irgendwas anders aussuchen. Irgendwie so ein Special, halt nichts zu behindertes, keine Ahnung, so Raka-Jungle habe ich jetzt irgendwie nicht allzu viel Lust drauf, weil, wie ihr vielleicht wisst, bin ich nicht der allergeilste Jungler. Hauptsache, du schmeißt deinen Anker mal weg. Richtig, aber... Oh Gott. Oh, die, die invaden, glaube ich. Wollen die invaden, oder ist da nur Renekton? Die Vasallen sind erschienen. Die Vasallen sind erschienen. Ähm, ja, wir haben keinen einzigen Premade außer wir zwei und die Gegner, da ist Trash und Six Premade. Wir haben keinen Level 30er, bei den Gegnern ist Sixie. Level 30 mit 334 Normal Wins. Anscheinend invaden sie nicht. Du darfst mir einen Hardpool geben, okay, Smideless. Du musst nicht unbedingt tanken, ich kann auch tanken. Dann hast du nicht so viel Leben verloren. Muss ich dir noch helfen? Ja, kann ein bisschen, den Damage kannst du schon noch drauf machen. Und reicht, danke. Sehr schön, Honey. Smideless Blue. Sehr schön, sehr schön. Dankeschön. Oh, ein Renekton mit Dorans Schild. Sauber. 400, 400, 400. Komm, hab endlich 400. Jetzt. Ich hoffe mal, der Kauter-Jungle einfach mal nicht. Denn wir haben einen Nocturn als gegnerischen Jungler. Und ich glaube, er Kauter-Jungle mich. Warum? Hast du ihn gesehen? Nö. Wetten, der stilt gerade mein Red. Mein Red vor allem. Weil ich kein Englisch kann. Mein Red. Ich komm demnächst mal Top-Lane vorbei, wenn ich Red hab. Ganz gut, diri. Komm, ich mach's zuerst Red. Oh, er ist schon Level 3. Ich nicht. Oh Gott, er greift mich an. Oh. Oh Gott, ich reiß ihm kaum Schaden. Warum reiß ich ihm kaum Schaden? Oh, da sind sehr viele Minions dabei gewesen. Sauber. Vielleicht schaffe ich den sogar Smideless. Dann kann ich mir irgendeinem Geist, dass er noch wegsmiden. Oh, ich schaffe ihn Smideless. Oh. Das Ding noch. Kannst gerne vorbeikommen. Ne, ne, ne. Davor geh ich back. Oh Gott, okay. Äh. Wie viel mach ich? 430. Lord, ich hab den Kleinen gesmidet. Oh Gott, bin ich dumm. Good job. Nice. Kann ich mir das Ding überhaupt schon kaufen? Ja, 400 kostet das. Dann kaufe ich mir eine Schule. Oh, kann ich noch nicht. Oh Gott, der hat mich gestunt. Sauber. Ja, ich komme demnächst vorbei. Geh noch schnell einmal die Camps durch und dann komme ich. Nicht sterben, gell? Nicht sterben. Nee. Hoffa, wenn wir noch genug leben. Lol, Counter-Gank. Nein. Lol, wie wenig Leben der hat, ne? Ein Gegner wurde getötet. Ein Tabletzcrank. Lol. Ich komme. Aha, ich reiß Damage wie ein Boss. Ja, ich kann's gleich lassen. Haha. Ja, weg von mir. Greift der mich an oder nicht? Das ist mein Bluboff ausgelaufen. Ich weiß, ich sollte nicht so lange auf der Lame bleiben, aber... Da, jetzt gehe ich wieder. Ähm, Renekton reißt verdammt viel Schaden. Ja, ich komme demnächst Top-Land. Ich brauche nur noch 700 Gold oder so. 400, mache ich mit meinem Ding. 450 sogar. Oh Gott, er ist schon Level 6. Was kann Renekton-Ulti? Äh, wie Nasus-Ulti. Okay. Nur ein bisschen anders. Soll heißen, also er ist auch größer. Richtig. Wait, he comes back. Aha. Komm mal bitte. Ich. Ich. Komm mal bitte. Ach so. Geht er weg? Ne, geht er nicht. Lol. Das war mal vielleicht ein Verhauner-Grab. Alter, Nocturne, geh weg von mir. Oh mein Gott. Er hat nur ein Doransschild, gell. Und ist trotzdem... Verdammt krass. Zauber. Kann ich über so ne... Oh Gott. Wie er einfach mal Counter-Jungle will. Schaffst du's? Aha, homo. Bring ihn um, bring ihn um. Nein, schaffe ich nicht. Der klaut wahrscheinlich mal Blue. Okay. Aber bevor ich jetzt verrecke. Oh Mann. Es klaut da mein Blue der Kerle. Oh, der herkommt, schleicht zu mir. Oh Gott. Wahrscheinlich sogar durch den Busch da. Na ja, soll er herkommen. Okay. Kann ich ja eh nichts ändern. Und hat Nocturne ihn schon... Ja, er hat ihn sogar geresettet. Oh, der ist ja lieb. Geresettet? Ach so. Er hat alle umgebracht. Ach so. Du bist noch nicht Level 6. Mhm. Oh Gott. Ja. Pfff, schade. Wenn du deinem Blue-Buff geklaut wirst. Ja, ja. Egal. Wie lang noch bis Level 6? Keine Ahnung, nicht lang. Viel fehlt nicht mehr. Jetzt hab ich's. Oh Gott. Rap-Buff ist auch schon wieder da. Ich muss meinen Rap-Buff machen, sonst macht er den auch noch. Alter, Nocturne. Oh Gott. Reißt der viel Schaden. Wie kann der so viel Schaden reißen? Das gibt's nicht. Der hat ein Dorans Schild. Mhm. Wie kann der so verdammt viel Schaden reißen? I rast aus. Hat er dich umgebracht? Nee. Ich hab noch halbes Leben, hey. Fünfhundert und on. Mann, oh Mann. Ich brauch einen Blue-Buff. Ich komm top. Only one grab. Cool. Ich komm top. Ich komm top. Ich hab sogar meine Ulti. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Ja, dann wenigstens alles auf Renekton. Ich komm, ich komm, ich komm. Wetten hat gewordet. Jetzt ist er nicht mehr da. Ja, der hat auch gewordet. Ich bezweifle, dass der nicht gewordet hat. Ich nehm noch ein bisschen EP mit. Mhm. Mach mir schnell den Tower. Ein bisschen. Allzu viel Damage reiß ich nicht, aber... Besser wie nichts. Oh Gott. Ich geh schnell weg. Okay, ich geh wieder. Ernsthaft? Ja, allzu lang will ich nicht da bleiben. Okay, gut. Ich hätt gern eigentlich die geilen Schuhe. Wie viel kosten die? Tausend. Tausend. Mann. Ich hab 700. Oh Gott. Ich hab... Ich hab schon ne Spitzhacke, ein Langschwert und... noch 50 Gold bis 1000. Sauber. Oh ja, jetzt nicht mehr. 20 Gold noch. Oh Gott. Der hat sich schon nen Riesengürtel, nen Kettenhemd, Schuhe, Dorans Schild. Wie der Kerl bei mir alles wegsmightet, ne? So ein... Einmal, wenn ich Jungle spiel. Welches Level ist der überhaupt? Level 7. Na toll, der hat schon das Tanki-Item. Ich will doch bloß 1000 Gold, dass ich die dummen Schuhe endlich mal hab. Ich komm ja zu nichts. Alter. So hab ich ihn vertrieben, den Renekten, aber viel Schaden reise ich ihm nicht. Tänkt ständig den Blöden. Alter. Wenn er... Auch Gott, wie oft will er den denn noch machen. Oh, endlich hab ich schnelle Schuhe. Oh Gott. Mein Gott. Bliedet's den dann doch nicht. Sorry, too risky played. Ah, ja. Oder einfach nur dumm geplayt. Na, der kann mich doch mal. Der komische Corki, der reißt überhaupt kein Damage. Alter. Wie getarntes Auge und großes Totem dabei. Cool, cool. Jawoll. Jawoll. Sauber. Sauber. Na, das war's und dann komm her. Ich geh back. Hey, da ist ein Nocturne. Cool. Hoffentlich sieht er mich nicht und stört mich nicht beim Backboard. Naja, sieht mich nicht. Soll ich hoch. Hm. Wer hat dazu was geschrieben? Blitzcrank. Fuck. Nö, ich. Sauber. Was schreibt der Shit? Eie, da. Oder Shit. Hoppala. Oh, jetzt hat er ihn. Oh, oh, oh. Er macht kein Damage. Mann, oh, Mann. Ich brauch meine Buffs. Immerhin hab ich jetzt die schnellen Schuhe. Was hat No- Äh, Ding? Er hat gar nichts. Er hat die gleichen Items wie ich. Irgendwie hab ich mehr Gold wie Nocturne, obwohl er irgendwie besser ist. Hm. Hm. Komisch. 500 smite ich bloß. Das ist ja voll wenig. Ich max einfach mal meine E. Weil ich den, den Damage einfach lustig find von der E. Obwohl man eigentlich im Jungle die W maxed, aber egal. Mal. Halb so wild. Alter, Renekton nervt mich. Mich nervt Six. Hoffentlich macht Nox ja nicht schon wieder mein Ding. Oh, er macht den nicht mal. Das ist ja ein lieber Nocturne. Ja, er macht meine Buffs nicht mehr. Entweder hat er Angst oder... Keine Ahnung. Oder er will einfach nicht mehr. Ich hab jetzt meine zwei Buffs wieder. Dann kommt zu mir. Äh, im Übrigen, für die, diejenigen, die sich fragen, warum ich der Syndra keine Buffs geb, ich bin einfach so behind. Ich bin zwar höheres Level, wie unsere Ash, aber... Trotzdem... Brauche ich noch die Buffs, Hanni, komm. Mit Ultraspeed angeflogen, ich hab meine Ulti. Ich hab auch eine Ulti. Bam, 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 bam. Oh, er sieht mich. Go, go. Gabin. Star ist drauf, Ulti, Ulti, komm, Hanni, Ulti. Oh Gott, ja, ich komm nicht hin. Ja, ist egal. Komm, Noctan kommt. Glaubst du? Nö. Ein Gegner wurde getötet. Sauber. Kriegen sie da von mir einen Good Job? Ja, kriegen sie. Sorry, dass ich mir gerade alle Minions nehme, aber egal. Der verdammte Renekton. Der steckt das halt einfach auch noch weg ohne Probleme. Kannst du ihn rausziehen? Nö, ich kann mich zu ihm reinziehen, aber... Ich weiß nicht, ob das dann so viel Sinn hat. Hm, glaube ich auch weniger. Hauptsache meine Minions klauen. Oh, der war fallen. Richtig egal. Alter, der Renekton. Ich geh wieder. Der hat halt keine Kills, gell? Keine Kills. Trotzdem ist er so. Trotzdem ist er so. Das war auch von Anfang an. Da hat der Schaden gerissen ohne Ende. Leibach hat er doch... Da ist er ja in der Karte. Oh Gott, jetzt bringen sie mich um. Nee, ich komm weg. Nee, du kommst nicht. Soll ich nicht kommen? Nee, passt schon. Wollt grad sagen, du kommst nicht und deswegen bringst ich mich um. Loll. Komm, vielleicht bringst du ja einen von denen. Oh, gut. Nee, ich schaffst sie nicht. Oh Gott. Und dann auch noch der Renekton. Nein. Oho. Tja. Oh Mann. Das Spiel mag mich doch schon wieder nicht. Hm. Verpiss dich doch. So was braucht denn der blöde Renekton noch einen Kill? Der ist sowieso schon so krass. Alter. Jawoll, mit ihrer Ulti. Warum machen die alle mehr Schaden wie ich? Alter, was ist da los? Tja. Jetzt stirbt sie aber nicht. Lol, wie sie abgeht, ne? Wir machen jetzt dann gleich mal Dragon und dann. Oh Gott, nein, er macht seine Ulti auf mich. Ich rast aus, jetzt ist es vorbei. Ende. Wollt ihr mir bei Dragon helfen oder nicht? Komm, greif an. Nee, schaffst man schon. Good job. Nachdem ich den gemacht hab, Alter. Junge, komm gleich. Ich reset den Ding sogar als freiwillig. Ja, ja, ja. Alter. Ganz ruhig. Jetzt klau ich ihm mal nen Buff. Lol, good job. Ja, dann komm ich mit der. Ja, ich komm schon mit der. Wo ist der noch drin? Wie er mich auf halb live runterhaut, unterm Tower und er kein Leben verliert. Das gibt's nicht, Marvin, der muss cheaten. Sauber. Wie kann der 130 Rüstung haben? Na, das geht schon. Ja, der hat ja Sunfire Cave und alles. Ich glaub, der Ding macht grad mein... Ja. Ja. Mein Drop-Off. Ja. Ja, schön. Oh Gott, wenigstens etwas. Ein Gegner wurde getötet. Ein Gegner wurde getötet. Sauber. Ein Gegner wurde getötet. Ein Verbünderer wurde getötet. Und noch ein Gegner und noch ein Verbünderer. Alle sterben sie weg. Nautilus ist irgendwie voll der einfache Jungler eigentlich. Ich steh zwar 1-1 und hab null Assists, aber... Okay, ich bin auch nicht allzu oft ganken und wenn ich gank, dann... kommt er nicht so sinnvolles raus, aber... Anwenden. Der Gegner wurde getötet. Nicht nur 24. Die Gewisswirt sind. Du hast da auch keinen Sandfall. Ich will'n Sonntag getötet. Dich will'n Sonntag getötet. Dich will'n Sonntag getötet. Dich will'n Sonntag getötet. Dich will'n Sonntag getötet. Andern gehen und wieder her. Vollab gestehen 17 zurück. Überhaupt nicht war ich nicht, wie ich nicht weiter stehe 1-3. Oh, mein Gott, da ich dir 1-1. Wenn du nochmal herkommst, irgendwie wenn der Ding weggeht, dann können wir, ähm, können wir, können wir, äh, er macht nen Ward rein, gell, also über den Ding brauchst du gar nicht kommen, über den komischen Busch. Ja, ich komm. Oh Gott, siehst du das? Ist doch nicht normal. Komm, hau irgendwas rein, hau deine Ulti rein von mir aus. Hau wie noch in 7 Sekunden. Alter. Erst in 7 Sekunden. Oh Gott. Zauber. Zauber. Ey, mich geh raus, gell. Nein. Nein. Oh Gott, jetzt stirb ich deswegen. Alter. Sag halt was. Bist du drin geblieben? Ja. Kann ich hell sehen, oder was? Ich bin ja auch weggelaufen. Ich hätte gedacht, dass er mich nicht mehr fokust. Wo du weggelaufen bist, bin ich auch schon weggelaufen, weißt? Hat mich der Turm gekriegt, oder wer anders? Das ist der Noxion. Oh Gott. Hauptsache der. Machst du den Turm, hast du den Turm? Ja, den Turm habe ich schon. Cool. Vielleicht kriegst du ja noch seinen Rap-Buff. Ein Gehtner, oder wie du getötet hast. Sauber. Renekten. Alles klar. Sunfire Cape Blut brutalisier. Ähm, 760. Ninja Tavi mit Heimwacht. Nee, mit Magieresistenz. Was Ninja Tavi mit Magieresistenz? Ich komm top. Wieso? Keine Ahnung, Genken. Cool. 23 Sekunden noch. Nee, jetzt. Acht Sekunden habe ich noch, oh Gott. Das schaffen wir nicht. Ne. Drei, zwei, eins, jetzt. Oh man. Der kommt aber wieder. Wenn er nicht schon da ist oder so. Ich muss wieder gehen, mein Blue Wolf ist jetzt dann wieder ab. Äh, da kommt ein Nocturne, gell? Ah, da kommt ein Renekton. Mann, wann ist denn Blue Wolf wieder ab? Ich hoffe, da ist es dann mal ab. Mitte geht es ungefähr Vollgas ab. Nicht. Hat Mitte und Botlane jetzt getauscht oder was? Äh, ja. Obwohl sie nicht primate sind. Jetzt haben sie von ganz von alleine hingebracht. Jetzt kommt das Ding nach oben. Wer? Blizzcrank. Ah, mein Red ist pünktlich da. Ist es hier? Ja, sehr gerne. Sauber. Alle machen ungefähr die übelsten Kills und ich die 1-1. Alter, wie sie alle abgehen. Oh. Sauber. Nice. Let's crank ihn, irgendwie für Follow-up. Hm, hm. Ha, YouTube. YouTube. Sauber. Sauber. Ich muss mir schnell ein Ding kaufen. Oh, jetzt geht er auf Botlane. Ne, den Track macht jetzt nicht. Let's crank, der über Jungler. Ey, krass, gell. Hat Nocturne Blue. Lass uns mal gucken. Ne, hat er nicht. Ne, hat er nicht. Ne, hat er nicht. Dann ist meiner noch da. Cool. Find ich auch. So, Hydra Blue Dürsternschuhe. Zauber. Voll die komischen Attacken hast du. Ja, eng krass, gell. Aber ich bin wieder full life. Ich verliere fast kein Leben im Jungle. Cool. Das ist echt eng, gell. Auf der Lane sieht es da schon ein bisschen anders aus. Fuck off Renekton. Lol. Oh oh. Ich würde da lieber weggehen, wenn ich die wäre. Aber ich komme. Ich komme geeilt. Ich bin fast da. Oida. Geht er ab. Oida. Oida, oida, oida. Fast hätten sie ihn gehabt. Ich komme. Nee. Nein. Mit dir kommt. Schauen wir mal, ob Lubav da ist. Oder ob er den gerade macht. Ich will den Tower. Du, wofür sehe ich da. Ah. Lass mich in Ruhe. Ah. Ist zix krass. Aha. Na. Ha. Double kill. Double kill. Good job. Zixi. Zixi. Zixi ist schon krass, ja. Er ist zwar ein bisschen underfide. Zwo, drei. Aber er macht krassen damage, wenn du keine Magieresistenz hast. Oh Gott. Ich habe keine Magieresistenz. Cool. Was soll ich mir denn jetzt noch kaufen? Kann ich mir wirklich die vorne das Herz oder so kaufen? Oder ne Warmarks? Ich glaube ich soll kaufen den Sunfire. Flitzcrank kommt. Oh krass. Alter. Jetzt kommt deine Einer-Tour zum Ganken. Ends geil. Zix fertig gemacht. Flitzcrank der Über-Jung da. Schau wie der ungefähr flitzt, Alter. Logisch. Der ist so angespornt dir zu helfen. Komme. Nein. Gib mir einer süß. Ich stand daneben. Oh Gott. Wenigstens stehe ich 5-5. Ey Leute. Lasst uns mal engagieren. Jetzt kommt alles. Jetzt kommt alles. Was ist da los? Wo ist unser Team? Oh Gott. Der nächste ist tot. Klasse. Ja, lach bloß. Alter. Der Gegner wird einen Team zerstört. Alter. Der Gegner wird einen Team zerstört. Alter. Der Gegner wird einen Team zerstört. Anni. Null. Ja, ich komme da eh nicht mehr raus. Er hat seine Ulti dafür rausgehauen. Oh Mann. Der Nocturne Ulti hat glaube ich eh nicht den allzu krassesten Cooldown. Der Nocturne Ulti hat auch gesagt. Jetzt muss ich hier nicht mehr rausgehen. Ich komme. Nee, ich kann nicht mehr rausgehen. Ich werde ihn mit dabei fehlen. Das ist der Neon. ich bin fast da ich bin fast da das ist wieder alles du reißt halt einfach keinen schaden ja ich bin ja auch tank sauber cool sauber danke mit sie gibt mir ein eine ulti kommst du auch wochen ich mache schnell von minions dass ich mehr schaden reiß den wir aufladen blutlöste ja aber nur 17 egal ein Gegner wurde getötet sauber ich mach da auch noch oh Gott lass doch die wenige zu mir du bist du aufladen und so ja ja Herr jaja jaja neckten wir weg von der Karte alles rum und dagelten Ja, komm, mach was Ja, schön, Ding ist gleich geslouet Komm her, oh Gott, jetzt macht er mich Jetzt macht er mich Was, was, was Ja, jetzt hat er dich eh ignitet Jetzt macht er mich auch noch Das kannst du vergessen Was sind denn das für Tanks, Alter Das macht doch kein Was soll denn das Das ist doch Heuer, was haben denn die für eine Rüstung, das gibt's doch nicht Tja Oh Gott, jetzt macht mich der Nocturne Du homo Noi nicht Noi, doch Ja, doch, mach da Aber sie machen ihn dafür Good job, geht noch nicht Das ist die Oldtea natürlich viel wert Ja Da Auch noch, cool Da geht's ab Oh Es wollte ich daneben Oh, 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 fast Ahoy, der Blitzcrank Tank Einfach mal Wie er keinen Assist kriegt Welchen Skin hat unsere Ash? Uh, keine Ahnung Ich weiß auch nicht mehr Wo ist der denn jetzt? Sag da 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 sah das wie irgendwie Forest oder so Zauber Toplane geht's ungefähr Vollgas ab Alter, wie sie einen nach dem anderen zerlegen Zauber Zauber Alter, nice Ass Ja, mein Ass Ja, mein Ass Zauber Ah, ich will doch gar nicht tanken Nein Ich geh doch nicht weg Ich bin doch nicht dumm Jetzt haben wir ein bisschen was zerstört Das sind sehr viel, würde ich mal sagen Das war ganz gut, das war So, jetzt bin ich bei KDU angekommen So, aber gar nicht mal so gut Ich stehe 5-7 Oh, egal Ich stehe 5-3 Pushtopper mit beides Barron Ernsthaft? Achso, nee, ich mach Dragon Wir können Barron ja schön machen, aber ich mach erstmal Dragon Machst du ihn alleine? Ja, ja, ich verliere kein Leben Blizzcrank will mir unbedingt noch helfen Komm mal bitte Alter, der Blizzcrank hat einfach mal eine Ulti rein Was war das, seine Ulti? Ich glaub, die machen grad Äh, ja, das war sein Ulti Ich glaub, die machen grad Oh Gott, vor mir Nein, macht's was, Leute, macht's was, was draus Aber Gott, Leute Leute Oh mein Gott Warum Engagehen grad zwei Leute und nicht alle? Alter, Leute Ich hab's hier auch Warum jeder für sich und nicht alle miteinander? Ja, ich, ja Ja, weiß auch nicht Weiß ich nämlich auch nicht Alter, Ash, mach doch deine Q an Alter, noch 100 Gold, dann bin ich fast voll item Alter, ich nicht Alter, ich bin als Jungler vor dem Toplaner voll item Cool I go and win Mach Will ich sehen Anni geht ab Junglet alles weg Oh, nicht mehr mein Bluewurf Ich muss mein Ding aufrüsten Es geht doch auf der Lane viel einfacher Naja, wenn keine da sind Das ist ja nichts da grad Jetzt kommt mal was Wollen wir Barrel machen, oder was? 2.20 Aufladung gerade mal Ich weiß nicht, wie viel hieß der noch Oh, jetzt wär ich full item Egal, farm ich halt noch ein bisschen 26 Aufladung Lol, was waren das jetzt für ein Fail Oh mein Gott Oh mein Gott Komm her, du Jawoll Nice Good jump Nice Nein Sie geben auf Sie geben auf Oh mein Gott Ein Jungle Game von mir Ich hab grad ein bisschen rum gefailt Aber egal Wenn's euch trotzdem gefallen hat Gebt doch bitte einen Daumen nach oben Und wenn ihr mehr Videos von mir sehen wollt Dann lasst doch auch noch ein Abo da Bis zum nächsten Mal Ciao